läuft das war wirklich eine richtig starke sache jetzt weiß ich warum ich den anderen hier kriegt aber dass ich umgedreht hat warum auch immer moin leute willkommen zurück auf meinem kanal das nächste black ops 4 video steht an heute das allererste mal auf twitch gestreamt das hat richtig richtig laune gemacht und deswegen habe ich mir auch vorgenommen das in zukunft öfter zu machen wenn ich weiß dass ich mindestens drei stunden zeit habe zum streamen dann mache ich das auch alles was drunter ist finde ich lohnt sich nicht der ersten ging heute vier stunden habe ich auch mit dem zweiten platz in blackout abgeschlossen das war richtig cool die runde selber war nicht so spannend dass ich die jetzt hochladen müsste ich bin mir dann aus jedem stream immer so ein paar runden raus die ich dann bei facebook einzeln facebook bei youtube hochladen bei facebook stichwort werde ich den stream dann immer ankündigen wenn der stream live ist mache ich einfach den link bei facebook rein dass jeder der in meiner facebook freundesliste drin ist bescheid weiß ja ich würde sagen viel spaß beim video ich würde mich über einen daumen freuen aber natürlich dann wünsche ich viel spaß beim ersten streaming highlight und ich wünsche euch noch einen schönen tag haut rein gute nacht achtung feindlicher taktik einstiegsmarker ist aktiv das war glaube ich mein erster kill das ist so schlecht ey nee das war mein zweiter okay ach man das ist wieder der beste beweis man kann nicht immer gut spielen das geht einfach nicht nein weg da lecko mio jetzt muss ich mir eins kurz schön das sind gleich zwei das tue ich mir nicht an das können 30 millisekunden pink zu viel ausmachen da hast du eine mumpel oder zwei mumpel mehr rausgehauen der gegner wäre down was war das für eine geile szene und das war keine schöne sache keine übrigens mit g geschrieben genau meine fressen das ist blöd wenn man beim springen erstmal zu hoch ähmt lass mich doch jetzt mal in ruhe nee das ist irgendwie er ist gefallen boah das ist so doof was ich ja gerade mache da habe ich ihn doch fast gehabt komm doppelkill jawoll mein gott ey los ich will auch mal hier einfach nur da hocken und einfach mal so tun als könnte ich spielen wir liegen zurück das hätte er sehen müssen hätte er das ist geschichte wo sind denn die ganzen peoples nein ne jetzt hatte ich ihn doch fast ich krieg dich ohne scheiß ich hole dich aber dich nicht sensor verfügbar Sensor Pfeil unterwegs Feindlicher Taktik Einstiegsmarker online Läuft ja schon ein Countdown? Für was? Feindlicher Taktik Einstiegsmarker zerstört Sie nehmen Bravo ein Konterdrohne verfügbar Benötige Konterdrohne In Position, Drohne eingesetzt Drohne in der Luft Ihnen gehen die Leben aus Drogen, Stoffcheck abgeschlossen Drohnenenergielevel bei 50% Konterdrohne hat das Ansatzgebiet verlassen Hellstorm verfügbar für Aufgaben Die Hellstorm hebe ich mir für die nächste Runde auf Wir verlieren Bravo Wir kämpfen um Bravo Ich weiß zwar nicht warum ich jetzt verreckt bin aber Eigentlich war ich so richtig schön drauf Das ist ein richtig geiler Start sogar Läuft Das war wirklich eine richtig starke Sache Jetzt weiß ich warum ich den anderen gekriegt habe Weil der sich umgedreht hat Warum auch immer Nehmt alle feindlichen Zonen ein Ah, das haben sie natürlich blockiert Na komm, ich will jetzt mein Wie lange muss ich noch warten? Zu spät gelangt Übernehmen Bravo Sensor Pfeil einsatzbereit Sensor Pfeil unterwegs Übernehmen Alpha Ich will hier nicht rumstehen Das langweilt mich Oh, fuck Ich wollte gerade heilen Sensor verfügbar Markiert Jetzt wird die Springseile springen Geil Wer zuerst kommt, mal zuerst Abschuss Okay, wir lassen schon zwei Feindlichen Firebreak erledigt Feindlichen Firebreak erledigt Feinde beanspruchen Alpha Wir haben fast keine Leben mehr Wo ist denn der Typ, der den hier weggerotzt hat? Feindliche Drohne kreift Ich krieg den nicht Oh, wenigstens einen Wo kommt's jetzt schon wieder her? Klasse, ey Wir kämpfen uns ab Dem feindlichen Team gehen die Leben aus Das war doch der Wunsch Schön Ah, schön die Beine weggefetzt Ja, komm, die Gegner aber auch Alter Wir verlieren B Wir verlieren B Meine Fresse Meine Fresse 32,15 Da haben wir aber noch ganz schön gedreht jetzt Zum Schluss Zieh's dir rein Das war gerade erst passiert, glaube ich, oder? Ach nee, doch Oder? Nee, das war eine Runde davor Ich will den hier verstecken mehr Ach, den kann ja gar nicht Deine Ich will den hier Das war ja Ja, das war ja